Und jetzt, Show gegen Brüchel, über uns in der Türkei-Mann, denn er ist da! Euer Mann und Mann, ihr sollt uns mal was! Herzlich Willkommen, hier ist Jay Kahn! Hallo ihr Lieben, hier ist Jay Kahn und ich sende euch liebe Grüße aus Oberhausen. Und zwar sind wir in der Turin-Halle, wo wir gleich auf die Bühne gehen wollen. Und zwar zum Hot & Hot. Das ist mein erstes Mal hier, ich freue mich tierisch. Es wird eine tolle Show und gleich geht's los. Bis dann, ciao! Sie weiß, was sie will, denn er ist die... Oberhausen-Halle, Kahn ist los, hier! ...der nur die Eide liebt. Und am Abend, wenn die leisen Stunden braunen, Flüchtet sie sich dann in ihren Lieblingswelt. Sie steht auf Daily Dancing und Liebe, die noch zählt. Und mit ein, zwei Beinen taucht sie hinein in die heile Welt. Sie steht auf Daily Dancing, mit Tränen am Gesicht. Hallo ihr Lieben, eben noch in Rheine gewesen, jetzt schon wieder in Berlin. Es ist Sonntag, es ist der erste Advent und fällt schöner anders, um hier im Tierheim Berlin zu sein. Heute ist die Weihnachtsfeier hier, ich werde hier mithelfen, ich werde Glühwein ausschenken, ich werde Lieder mitsingen und natürlich habe ich Geschenke für die Tiere mitgemacht. Die Nachhine kommt mal mit. Bis gleich! Also Freunde, jetzt sind wir drinnen, ganz schön viele Leute schon hier. Berlin hat offensichtlich ein sehr, sehr großes Herz für Tiere und schaut euch mal das hier an. Lauter Geschenke für die Tiere und draußen geht es noch weiter aufgetürmt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zeichen, gerade auch zur Weihnachtszeit. Alle sind nur wegen den Tieren hier, alle sind freiwillig hier, das ist auch das Allerwichtigste. Und vor allem wenn ich jetzt auch hier, das freut mich besonders. Also bis gleich! So, heute mal ein verspätetes Frühstück, ich und mein Freund Moritz, King Gabel ist auch noch da. Wir sind im Tierheim Berlin. Geht's dir gut Moritz? Ja. Bis später los. Bis später los. Ich wünsche dir, gut, discipline. Bis dann zum nächsten Mal. Beionce! Ich mag das alles auf, Schnell, ich versuche es nicht so nah, dass du belongst. Bis dann caliber Euro? Wir werden mir mehr mal Training. Oh, das ist die Jammer, ich mir dabei und da Bis zum nächsten Mal.